und damit mit konservatoren folge ist der letzte mit mir dem termin aus der letzten folge habe ich vielleicht ich bin mir noch nicht sicher, weil ich es mir noch nicht angeguckt habe aber ich habe anders aufgenommen, deswegen könnte ich ein secret gefunden haben nein, meine audiofunktion hätten falsch, könnten falsch sein und die kann ich auch nicht verbessern, weil Stimme und Spiel auf derselben Spur waren deswegen kann ich dem einen das andere nicht anpassen das war doof ich weiß nicht wie es schlimm ist, aber egal das müsste jetzt behoben sein ab nach unten hoch, 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 hoch und go macht mir gerade Spaß das Spiel wirft immer wieder neuen Shit rein, zur Zeit was gut funktioniert ich kann nicht hoch hi ich bin Kopf Lady hat sogar funktioniert jetzt klingelt wer, aber das soll mir egal sein weil ich gehe an sowas, ich rack upsie ich bin auch natürlich hoch aha geheimnis aber ich habe es verstanden ich habe es verstanden, ist ja eigentlich für einen retard wie mich nicht möglich hoch hoch oh, dann kann ich eigentlich gleich so äh ich glaube andersrum war schlauer und hoch und runter und hoch und fuck easy, 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 easy vielleicht habe ich jetzt wieder fast verpasst, aber die habe ich bekommen so, wenn du bist ein stinker hör bitte nicht einfach auf jetzt das wäre uncool er wäre ich hole dich alles klar wie hole ich dich genau ach 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 ach, verstanden glaube ich ich glaube ich muss die holen dann mit dem Wind und meinen Dash wieder zurück hier auf der andere Seite wer versteht was ich meine, ich schreibe in die Kommentare bohr bist du Hammer Smart ich bin dumm aber danke, dass ihr netz wie ihr sein wollt links oben das war wieder nur oben ich brauche links oben oder geht rechts ich glaube rechts geht es nicht wobei der Dash funktioniert recht gut wie ist es ja, ok reicht mir krieg ich dich schon gut schlau egal, die Erdbeere habe ich der Rest ist ja nicht so tragisch zack, zack hoch davon will ich Speedruns sehen, ehrlich gesagt das Spiel ok, cool also von dem Spiel Speedruns von Meat Boy sind die halt auch super geil und das hat schon Ähnlichkeiten damit möchte ich nicht sagen, es ist wie Meat Boy weil das ist es nicht aber es hat Ähnlichkeiten und wird vom Speedrun auch ziemlich cool sein hui hüpf, 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 hüpf oh nein oh, ich wollte da jetzt noch mit dem Wandsprung den Rest machen ich habe gemerkt das hat nicht funktioniert oh, warum ich das glaube ich weiß ja nicht bub, bub der tat jetzt juckt mein öhrelein so weiter okay das geht aber so und hoch und rüber jetzt einfach geschmeidig dann geht auch viel besser so wie macht man das am besten drüber und in der nächste blubi blase aber davor muss ich gucken dass hier nichts ist und da ist nichts also ich verstehe ich muss nur an die wand und dann versuchen mit dem dash drüber zu dir ich kann nicht mehr mit dem dash drüber aber so komme ich drüber dann kann ich hier rein und hoch hallo rückkehrwind bring mich zum sieg ich muss ja ganz kurz da bin ich gedasht möglicherweise bin ich tot wir werden es sehen in der nächsten folge ne überlebt okay alles klar konnte einfach gegen mich wuuh schmerz lassen wir da mal gerade nach oben zu schießen okay tot versuchen wir da mal gerade nach oben zu okay tot versuchen wir da mal gerade nach oben zu schießen ich spring da mal sofort blödes mario trampolin zeitraumgefüge toolkit soll besser aus gut gut noch mal gut ja bitte was okay sie werden was gewesen Nein. Gut, lass sehen. Wir wollen nach oben. So. Und jetzt kommen wir, glaube ich, einfach an die Kante. Er, er, er. Jo. Das ist nicht schwer zu verstehen. Aber schwer zu machen. Nee, so hart war das jetzt auch nicht. Das mach ich. Ich bin Tumnus der Eroberer. Pup, puh, puh, puh. Pup, puh. Und dran. Oh, da kann ich gar nicht. Na, warte. Nimm mich. Nimm mich stacheln. Ich bin die Erdbeere, natürlich. Ja. Weise. Hetschikantukotoi. Man muss einfach nur einen Japaner in einem nutzen. Das klingt ganz komisch. Aber es ist leider wahr. Tschüss, Blubberblase. Der Vermächtnis. Ich hatte dich so lieb, aber du bist leider scheiße. Wuh. Oh. Ich hab keinen Dash mehr. Muss ich keinen Dash mehr haben? Ist das ohne Dash machbar? Gut. Das Problem hier nun wieder in dem Spiel wahrscheinlich... Blubblubel. Warum es wahrscheinlich für Folgen, für Aufnahmen eigentlich etwas ungeeignetes ist. Das kleinste Fehler immer wieder passieren. Selbst wenn ich's jetzt schon weiter geschafft hab, kann ich halt am ersten Sprung verrenken, wenn ich den Stick ein bisschen falsch schneide am Anfang. was passiert mir hin und wieder und das kann mich halt die Kalee kosten ha so sieht's aus oh egal ich hab's verstanden wir haben's alle gesehen das ist wie die Erdbeere und Gutes aber voll smart dranhängen voll Gas und tot guck wie smart ich einfach bin also man kommt in einer Folge nicht weit wenn man's will vor allem wenn man den Drang hat Obst zu essen Obst ist wichtig Kinder hört auf Roma Terminals und klettert auf jeden Fall auf solche Berge das ist smart springt und hüpft und pengt und wow so einfach geht das so die Dinger kann ich nicht beeinflussen weil die haben kein Blubbel an sich durch die Tränen kann und hüpft uh dran da hoch da Boah war knapp ehrlich gesagt wir wollen nicht weit nach oben wir wollen erstmal die Sekrete hier ich hab glaube ich verstanden Vollgas ich hab nicht verstanden aber ich glaube ich komm weiter wenn ich so mach okay da muss ich irgendwie Vollgas Aaron hier muss ich gar nicht klettern warte kurz da kann ich ja Meat Boy springen wuh wuh von dem habe ich hier eigentlich einen Checkpoint ich muss nur springdrücken ich muss nicht mal gegen die Wand aber dann sollte ich nicht gegen die Wand wuh 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 okay das ist wieder ein knackiger Riss wuh 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 ich hab mir grad den Boost geholt warte wenn ich mir den Boost holen kann runter dann kann ich mir in der Sprung den Doppelboost holen ich versuche das bald zu erklären aber ich weiß nicht ob das gut mache ich hole mir jetzt den Boost guck jetzt kann ich dann hier Doppelboosten oh das war dumm ah der letzte war dumm da hätte ich gegen die Wand gemusst aber habt ihr gesehen ich kann mir den oberen Boost wieso mache ich das mache ich jetzt so und hole mir erstmal den Boost da oben dass ich hier schon mit roten Haaren unten bin als Ausgangssituation ich weiß nicht ob das der Trick ist aber es funktioniert deswegen mache ich das das war schlau das ist schwer zu kontrollieren tatsächlich ich könnte mich aber auch mal ganz kurz an der Wand festhalten aber das machen nur die Noobs ja uh easy würde ich sagen hier ist sogar ganz kurz Wind drin die Fahne bewegt sich ja unsicher ah und dann bewegt sich das das ist aber hart schwierig oder kann ich einfach tumnus unsicher Nuss erdbeere ok hat aber geklappt soweit ok hey hey warte lass Freunde sein nein das Ding mir winkt sich schnell das gefällt mir nicht hey fuck doch die Bitch ich muss halt irgendwann recht früh abspringen Millisekundelein spätters spätters dumme Hure und zurückkommen kann ich nicht ok aber nicht an dem Ding da oben festhalten das ist unpraktisch habe ich gehört he 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 so und ja es geht wieder weiter Hüpfel furra dich kann ich bewegen das sehe ich doch schon an deinem Gesicht ähm ich muss das glaube ich runterlenken und dann da oben durch oder ich mach das einfach auf ja das ist eine Rennung Zeit da komm ich so nicht dran vorbei gut gut hä nichts kannst du aus Kopf Bitch wie meint das Alter das ist jederlei verstanden hin und weiter hüpfel und weiter das muss schneller gehen das weiß ich auch nicht wie ich das mach gutAr und sicherlich ist da oben noch ein secret wie mach ich das wie mach ich das schnell genug vielleicht von dem Ding irgendwann abspringen geschafft wie es sag ich dann nur ich habe sie ja bestimmte erdbeere vergessen aber man kann nicht alles haben und ich kann dieses leben immer nicht geben okay ja es ist so viel hatte kein dash oh 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 Thomas nicht sicher muss wie zu verstehen los er war schlau hier kriege ich das ding das sind mal steckles das ist eine Wand wo ich ran kann Hupferchen, oh, Hupferchen. Das ist die Wand, wo ich ran kann. Oh, war nicht gut, das war gar nicht gut. 1 und 2 und 3 und 4. Da muss ich im Wind echt gut abpassen, lenke mich am Opaisele. Jetzt. Nee, aber ich kann da die Wand. Das war schon recht gut, der Versuch. Jetzt. Ah, ich muss da sofort nach rechts. Jetzt. Oh. Ah, schon wieder. Bullshit, aber cool. Irgendwie war da nicht smart, das hätte ich aber vorher erkennen können. Äh, red. Okay, mach mir halt das secret. Dann ist meine Übung für das vorherige schon gleich wieder weg. Hä? 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 Nein, was tue ich? Ich bin doof. Oh, okay. Ja, logisch. Du, du, du. Sie, du.. ... Oh! Nein, wieso ich... Da muss ich nach oben. Oben, um, 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 um. Oh, oh, um, um, um. Um. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Nein. Nein. Ach, Bitch. Das hätte ich geschafft. Dauerhaft. Okay. Okay. Nochmal von vorn. Nichts kannst du. Okay. Pass auf. Das wird super easy. Weil ich mich kaum bewegen kann. Au. Mein Gesicht. Ich hab schon wieder die Folge verblöd. Heimat. Höh. Schon wieder. Wieso bin ich eigentlich so smart? Au. Oh, Wind. Na sogar. Was ich da getan habe. Diese Wolke. Mimia Böses. Oder soll ich? Nein. Springen. Go. Randa. Das freu' ich nicht. Du Hure. nein den screen schaffe ich noch dann werde ich die folge ich brauch diese blöde blubberblase nicht weil das easy ist die brauche ich okay dennoch lol das war kein blubberblasen das war ein hagelkorn die rauffe ich los finde ich aber uncool meine verehrten freunde okay vielleicht auch noch ein zwei spiel oh gott ich wollte mich gerade über das ding nicht machen das ist nicht geschlagen auch nachträglich solche riesen nein oh gott nein ich wollte das ding sie erdbeere und wenn du das letzte bist was ich hole ich hab dich erdbeere du kannst mir gar nichts ich hab das gefühl da unten geht es nur hin aber weiß ich nicht ich will schon ein bisschen spielen aber ich muss sagen falls ihr die folge gefallen hat dann bitte positiv werden komm ich hab mir das nächste mal wieder dir und deiner kraft